Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute Kais Kleinkindbett vorstellen. Das Babybett hat ausgedient und wird weitergereicht an den kleinen Bruder. Und Kai hat ein Polizeiautobett bekommen. Wir wollten sehr gerne für Kai ein Autobett haben. Es gab nur ganz, ganz wenige in blau. Und da habe ich dieses hier gefunden und das war tatsächlich bei Amazon am günstigsten. Dort haben wir es auch bestellt und ich verlinke euch alle Produkte, die ich euch zeige, nochmal in der Infobox. Dann wisst ihr, wo wir was her haben. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es halt so einen 3D-Effekt hat. Also die Reifen, die stehen halt hier raus und es hat noch so Felgen und ja, weil es blau ist auf jeden Fall. Das fand ich auch richtig cool. Am Foto hat das Bett so ausgesehen, als hätte es einen Lattenrost, aber es sind leider nur Platten. Also da war meine Begeisterung nicht besonders hoch. Es hat auch so einen kleinen Kofferraum, wo man Sachen verstauen kann. Ich habe da jetzt meistens Stofftiere drinnen oder sonstiges. Also nichts Großartiges. Ich muss aber bemängeln, also Papa Birdy hat beim Zusammenbau des Bettes sehr viel geflucht. Und ich war auch etwas enttäuscht, weil auf dem Bild hat es ausgesehen, als hätte es einen Lattenrost. Es hat aber tatsächlich nur so Platten, wo man die Matratze rauflegt. Und hier ist so ein Spalt. Ich glaube, der ist dafür da, dass sich die Kinder nicht einklemmen. Aber Kai hüpft da gerne rum und dann macht das dieses Geräusch durchgehend. Nicht so angenehm. Ich habe mir dabei überlegt, dass wir vielleicht seine Schwimmnudel aufschneiden und die dazwischen klemmen, damit er da halt nicht mehr so rumhüpfen kann, weil das ist sicher auch nicht ideal fürs Bett. Und es sollte ja doch noch eine Zeit lang halten. Bei der Matratze haben wir auf gute Qualität geachtet und uns deshalb für eine Träumelandmatratze entschieden. Und da wurde mir das Modell Frühlingsluft empfohlen. Das ist eben so eine Ganzjahresmatratze. Die hat eine Babyseite und eine Kleinkindseite. Die Babyseite ist eben bis 12 Kilo geeignet und die Kleinkindseite ab 12 Kilo. Was mir sehr gut gefällt an den Träumelandmatratzen ist dieser integrierte Nässe-Schutz. Das heißt, man braucht keine so Auflage gegen die Nässe. Später dann, wenn die Kinder wirklich ins Bett machen und nicht nur bei der Windel, was dazwischen geht, wird das empfohlen. Aber für Babys braucht man das auf jeden Fall nicht. Und ja, das ist halt wieder besser für die Luftzirkulation. Ich bin da sowieso eher ein Freak, was die Luftzirkulation angeht. Da war ich bei Kay sehr, sehr streng und es gab auch kein Nestchen und Co. Bei Träumeland ist die Matratze eben darauf ausgerichtet. Das heißt immer der Breathing Mattress und es wird auch ein perfekter Liegekomfort gewährleistet durch die Punktelastizität. Das sind alles so Kammern in der Matratze. 3D-Komfortbads heißen die und die passen sich halt ideal auf das Kind an. Was ich auch immer ganz schön finde, ist diese Denzelfaser. Die sorgt für das perfekte Feuchtigkeitsmanagement. Die nimmt halt viel, viel mehr Feuchtigkeit auf als alle anderen Fasern. Und beim Ausbacken der Matratze ist sie sofort aufgefallen. Die riecht absolut überhaupt nicht chemisch. Und die hat auch so Lavendel- und Melissenöl eingearbeitet für ein besseres Schlafklima, wo ich nicht weiß, ob es hilft. Aber Kay liegt ganz gerne auf der Matratze. Die Matratze hat rundum so einen Reißverschluss. Da kann man dann den Bezug auch ganz, ganz easy abnehmen und waschen. Dann haben wir zwei Spannbetttücher besorgt von Träumeland. Einmal in Jersey und einmal in Tenzel. Wobei ich das Tenzel präferiere, weil Tenzel wirklich eine tolle Faser ist, die ganz viel Feuchtigkeit aufsaugt. Die Spannbetttücher bekommt ihr zum Beispiel bei babyartikel.de. Ich finde ja immer, wenn Produkte von einer Marke sind, ist die Passform einfach besser. Auch bei der Bettdecke und beim Polster habe ich auf Träumeland zurückgegriffen und bin auch sehr zufrieden. Kay hat eine Decke und einen Polster von Träumeland und zwar die Tau-Serie. Das ist so eine Ganzjahresdecke und ein Ganzjahrespolster, den man auch nach Belieben noch füllen kann. Wir haben aber jetzt keine Füllung drinnen. Also der ist recht dünn, aber total angenehm. Dann habe ich für Kay diese neutrale Bettwäsche von Alvi ausgesucht in der Größe 100x135. Die gibt es auch bei babyartikel.de. Wir haben zwei unterschiedliche Bettwäsche für Kay. Ich finde, dass die es auch ausreichen. Diese hier ist von Alvi und wir haben auch noch eine von Träumeland. Diese wunderschöne Bettwäsche von Alvi ist zum Knöpfeln. Ich muss aber sagen, mir sind Bettwäsche mit Reißverschluss immer fast ein wenig lieber. Wir haben auch noch eine zweite von Träumeland. Dazu gibt es auch einen Haul, den ich euch unterhalb verlinke. Kay hat hier auf der Seite auch noch sein Nachtlicht hängen. Das ist von Babymove. Der Tweezy. Ich finde den so süß vom Design und ich finde es auch praktisch, dass man den da eben hier anhängen kann. Das ist total flexibel. Das heißt, das kann man einfach individuell anpassen, wie man es gerade braucht. Dann hat Kay hier noch eine individualisierte Buckschnecke. Die ist von Special Bee. Das ist in der Wandershop. Verlinke ich euch natürlich auch. Buckschnecken sind halt auch ideal für Babys. Und die hier ist so süß, weil das rasselt und knistert. Und man kann sie halt super gut nehmen, um das Baby einfach in eine gewisse Position zu setzen. Und ich habe sie jetzt nur aufgerollt als Deko hier. Eigentlich verwende ich sie anders. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Dieses Band mit dem Kai-Schriftzug kann man einfach wegmachen. Und dann kann man sie ausgebreitet hinlegen. Und die geht über die ganze Länge. Und ich finde es einfach angenehmer, wenn Kai sich dreht und gegen die Buckschnecke fällt und nicht gegen das Holz. Ja, und ich finde es sieht auch sehr, sehr süß aus. Und ich finde es passt alles so zusammen. Ich bin ganz verliebt in das Bett. Für Babys kann man die halt wie ein Lagerungskissen verwenden. Seht ihr. Ganz einfach. Und uns wurde die zur Verfügung gestellt, wie auch dieser schöne Bolster. Wo ihr so einen Bolster herbekommt, verlinke ich euch natürlich auch nochmal in der Infobox. Und da stehen einfach die Daten von Kai oben. Und ich finde es ist eine total nette Idee, auch zum Verschenken einfach zur Geburt. Und ja, der ist halt so ein Deko-Element. Und Kai kuschelt sich aber auch da rein. Zum Schlafen lege ich dann auch noch ganz gerne das Kuschelnest von Träumeland in die andere Ecke. Damit er wirklich ganz, ganz weich liegt. Und ja, ich finde es sieht einfach flauschig aus. Und er mag das Kuschelnest halt ganz gerne, weil ich das Stillkissen habe. Und das ist so wie sein Stillkissen. Das haben wir aber eigentlich zum Testen bekommen fürs Baby. Und das wird dann auch das Baby benutzen. Das ist nämlich aus der Träumeland-Kehrlinie. Und ja, das ist halt auch sein Lagerungskissen für Neugeborene. Ja, Sterne, Blau, Weiß, zieht sich hier durch, durch Kais Bett. Ich hoffe, es war interessant für euch, mal Kais Bett so im Detail zu sehen. Er bekommt jetzt bald sein eigenes Zimmer. Ich muss ganz ehrlich sagen, er schläft manchmal in seinem Bett, kuschelt sich aber meistens dann wieder ins Elternbett. Ich dachte aber trotzdem, dass ich euch das mal im Detail abfilme. Weil wenn er sein neues Zimmer bekommt, brauche ich dann in der Roomtour nicht genau darauf eingehen. Aber das mit dem Zimmer wird noch ein wenig dauern. Im Moment ist noch Ultra-Baustelle. Seht ihr aber auf unserem Vlog-Channel BirdieTV oder auch auf Instagram, da heiße ich Anna Birdie. Da könnt ihr das alles verfolgen. Oder auch auf Snapchat, Anna Mama Birdie. Also überall aktiv. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Mich würde auch interessieren, welche Betten eure Kinder haben. Ich finde das immer total spannend zu sehen. Und das Bett ist halt einfach sein Eyecatcher. Und Kai war so begeistert, als er das bekommen hat, dass echt auch uns das Herz aufgegangen ist. Und er liegt auch so ganz gerne drinnen und spielt mit seinen Autos im Autobett. Also ganz, ganz niedlich. Ja, danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.